und herzlich willkommen zum netflix 2 zum zweiten part und ja ich lasse mich hier gerade verlegen auf der netz linder und ich spiele gerade auch mal etwas höheren account also da wo ich so ja ich glaube mit zehn dann und dann versuche ich mal mit einer anderen einheit und zwar die leichte einheit was zu reißen habe mir dafür auch gerade ein visier und ein laser visier also laser pointer darauf und ein visier und zwar dieses jahr diesen jahr mit einstieg mal ist und guck ich mal ob hier was heißen kann ich habe leicht einheit lang nicht mein schmied und ja und ich bin ziemlich an das machen aber ich möchte das mal wieder austesten mal vielleicht er mir hat klar der scheiße nur einunddreißiger ich könnte auch einen kommentar schreiben was das höchste Level ist ich glaube sogar ist der Grund hat es das höchste sind dass es nicht höher geht also bis jetzt habe ich noch keine ähm über Level 100 gesehen unter mir in einem kommentaren schreiben ey das ist doch nicht deren Ernst die Einrichtung ist verloren zurückziehen und neu formieren meine Herren so 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 ok so 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 wo wo und den hier hier an und fliegen kann ich nicht so gut war nicht so mein Ding in diesem Spiel nicht in anderen Spielen schon aber das weiß ich nicht elegant gemacht das muss ich nur hochkommen das könnte ein Problem werden so hier bin ich schon mal scheiße komm schon ja nein mal ab 8 war das nicht mehr verlegt ob da hochzukommen so möglich war auch ziemlich unschlauer eigentlich da so runterzuspringen ey gibt es keine guten Junge kann man ja nur eskalieren ok so liberator jump die 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 Meter runter geschwungen ich bin nicht abgekratzt irgendwie aber bei sowas so wenig gibt es eine gute Angriffsstelle wenigstens etwas und zwar hier ja ähm im Let's Play oder wie der heißt oder Let's Game oder ich weiß gar nicht wie du heißt sorry kannst mir eine Kommentare schreiben ob der Sound ähm von von mir jetzt aus ähm gut ist oder ob ich da noch was dran machen soll kannst du ja ruhig reinschreiben Urgently find ich keine Gegner meine KD ok super ähm wo es kommt schon ja ein so so wo ist hier denn der Nächste hm jetzt kommt schon mal so wenig so wenig Leute gibt es hier gar nicht so gibt es doch mehr ja man ey diese Raumschiffe sind so übertrieben wir sehen einen immer das doch auch nicht sehr schwer der hat hier bestimmt schon seit zwei Stunden die ganze Zeit sind sind Flugzeug drinnen das kann das kann ja 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 da kann nichts bessere draussen paketen zu schießen da kann nichts bessere Leute ich habe doch bestimmt sieben Schüsse drauf gehalten meine herren ich sehe es schon kommen meine KD wird nicht besser heute und 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 das das hat das ist n das ist das 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 ist Boah, diese hässlichen Leute, die sich immer so krasse Waffen für 10 Euro oder so kaufen. Alles so lübig. Anstatt dass die einfach im Spiel mit den Waffen klarkommen, die sie zur Verfügung haben oder einfach mit den Zert-Points sich welche holen. Ne, ist ihnen nicht schnell genug, müssen die für 10 Euro sich eine Waffe kaufen, um überhaupt Skills zu zeigen. Also ich werde die Spiel höchstwahrscheinlich gar nichts ausgeben. Free-to-play geht um den Sauf. Wo sind die alle? Komm schon. Wo seid ihr? Oh, schade, schade. Joa, das Schutzschild hab ich nicht mehr zur Hilfe bringen. Hab ich fast zerstört, schade ey. Oh, schade, schade. Hatte mich mal gefreut, dass ich zwei Kilzen zum Mann noch schaffe. Wo seid ihr? Hier, wo seid ihr? Hoffentlich werde ich in der nächsten Folge mal mehr Pils haben. Wäre auch mal gut, würde ich mal eine Folge machen, wo ich mal gut bin. Ja, das ist ein Kind. Ja, das ist ein Kind. Ja, das ist ein Kind. Untertitelung. BR 2018